Marius Müller-Westernhagen, 73, sehnt sich nach Enkeln. Seit rund 60 Jahren steht der in Düsseldorf geborene Sänger nun schon auf der Bühne und begeistert das Publikum. Doch nicht nur im Musikbusiness, sondern auch in seinem Privatleben ist er sehr erfolgreich. So ist er seit 2017 mit seiner liebsten Lindy Welsuttle glücklich. Aus einer früheren Beziehung mit Pari Ertz hat der Rocker zudem eine erwachsene Tochter, Sarah, genannt Mimi. Jetzt verriet Marius, dass er gerne Opa werden würde. In der Auftaktsendung der neuen Staffel von Inas Nacht, die am vergangenen Donnerstag ausgestrahlt wurde, war auch der 73-Jährige zu Gast.